Warte mal, wir sind alleine? Nur Juni und... Okay, alles klar. Prozessor-Unit, bereit! This is the true power of a goddess. Okay, wir erhöhen... Hmm, erhöhen wir... Ja, erhöhen unsere Agility. We'll be serious now. Time to be serious. Defensive cheer! You're within my range. Target confirmed. Target set. I need to be as good as my sister. Playtime is over. Here I come! So evil! Useless! Here I come! Show me your will! You're within my range. So evil! I'll get you! Target in sight! May my will shine as bright as my blade! So evil! So evil! Here I come! Radical favor! You're within my range. I'll fire it full power! So evil! So evil! Okay, wir sollten erst seine Guard wirklich runterhauen. Useless! No! Here I come! Yeah! Here I come! Radical fear! One shot! Hast du zufällig? Nein, du hast auch keinen. So evil! No! No! Yeah! Useless! Ha! Yeah! Useless! Take this! So feeble! You're within my range! So feeble! Target locked! Useless! Here I come! Defensive cheer! I'll end this with one shot! I'll get you! I'll get you! Useless! There! It won't work! Uuuuuh! Wobei wir könnten uns auch gleich einfach heilen und weiter angreifen. Ha! So feeble! Ha! Useless! Take this! You're within my range! Not over yet! I believe in my own justice! Target confirmed! Target set! Show me your will! Ha! Ha! Here I come! Ha! Useless! Take my Sonic rush! No! Now, who should I target? So feeble! Target in sight! Show me your will! Ha! Ha! Heya! No! Ya! Take my Sonic rush! No! Useless! There! I'll end this with one shot! This should work perfectly! It's my turn! Ich bin mir in die Hand. Du bist in meine Hand. Ich bin mir mit meinem Geist. Ich bin mir mit meinem Geist. Hier bin ich! Ja! So viel! Du bist in meine Hand. Das muss perfekt funktionieren. Show mir deine Wille! Du bist in meine Hand. Ich bin mir mit meinem Geist. In Rage! So Feeble! There! Let me grace you with my attack. Heal! May my will shine as bright as my blade! Hier! 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 Take my Sonic rush! I'll end this with one shot. Let me grace you with my attack. Okay, wir kriegen den jetzt gleich. Ich hoffe es zumindest. You're within my range. Vanish into the light. Useless. May my will shine as bright as my blade. Hyper heal. Now, who should I target? Target inside. So feeble. There. I can still do this. Defense is here. I'll end this with one shot. Target inside. I'll get you. Show me your will. Heal. I believe in my own justice. You're within my range. This should work perfectly. It's my turn. So feeble. So feeble. Take my sonic rush. Useless. You're within my range. So feeble. Target locked. You're right? I can still do this. Useless. So feeble. Not bad. Uh, it wasn't supposed to be this hard. Change Dungeon. Lowey Global Expo. Nice. Dann seine komische... Was von ihm. Und wir haben ne neue Waffe für Juni. Ist es nicht sogar... Soul Rifle. Ist es nicht sogar die aus dem Shop? I'm gonna be invincible. Looks like my singing is better now. Oh. Fascinating. Such a boon in power with a single ally. Perhaps something caused their hearts to resonate. Hmm, okay. I knew we could do it. Yay! We won. We really did it. Naja, der Typ steht noch. Ha 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 ha. What a delightful match. Very well. To honor your efforts, I will leave here in peace. But when we next meet, do not expect such leniency. Prepare both your strength and will. We're so awesome, Yuni. Y-yeah. Thanks. It's because of you, so... Uh-huh. Uh, stop being a downer already. You are super tough and cool. We won because of you. That's not what I was... Ugh. Forget it. Netgear, would you mind if... If I came with you? Nope. Huh? Wow, really? You mean it? Yay! Of course you can come! Stop acting so happy about it. Seeing you makes me realize how stupid I was acting before. Oh, before I forget. Don't you dare tell anyone what happened here. Wait, what did happen here? You know. Seeing me all depressed and pouty and stuff. Oh, the self-deprecation and all the whining, right? No worries. Your secret is safe with me. Oh, 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 oh. Es tut schon fast weh. Hat man ja schon fast Mitleid mit Yuni. Come on. I wasn't that pathetic. We should hurry back, okay? Everyone's still looking for you. Are you sure you understand what I was saying? Hey, get back here! Yeah! Alle CPU-Candidates sind im Team und X-Drive ist auf Level 4. Ah, wundervoll. She's actually coming along, right? Yep. It looks like you desperately need my help, so yeah. I mean, who knows when you'd save my sister otherwise. I'm surprised you were able to convince such a hard-shelled tsundere. Gigi is like a friend magnet. Gch. Hehehe. Aw, stop flattering me. Ob das wirklich so positiv gerade war? Yeah, but still, I mean... Anyway... It's fine if you want to help us, but don't be a jerk, okay? Hi... Can we be friends, Yuni? Look at all these wifey-Candidates! Man, it's sensory overload! It's been a while since they were gathered together at the concert. It's a great sight. A winning team, Miu! It's sure gotten crowded. It was just Effie and me at first. But look at all of Gigi's friends now. Yes, and this time I'm sure. I promise we'll save our sisters! Yep. Let's do this, guys. Girls. Save! Oh, I want to save so hard and badly. Oh... Goddess Awakening! It appears that everyone has gathered together. Hi. Yes! Nepgear, Yuni, Ram and Ram are reporting for duty! And for whatever reason, all of us Oracles are here as well. For whatever reason? Have Ram and Ram been good girls? I hope they aren't causing your hair to turn grey-nip-gear. Pwoch. Mäh! We're awesome, of course! And we're not gonna be kids forever, so there! We've been good! Oh. I'm curious to know why all the Oracles are here myself. Das ist ein cooles Bild. Quite the cold greeting, despite our intent to propose a selfless offer. Selfless offer? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Allow me to explain. Kay has been able to develop a device that can amplify the power of Sherecite. Ooh. That is why she had arrived ahead of the other Oracles. To help us set up the equipment required. Ooh. So, this machine-a-mabab was made from the stuff we gathered up for you before? Yes. We planned for Last Station to act independently. But with how things stand, that option is gone. It would almost seem rude to do now, since our CPU-Kandidate seems to have made friends with you all. Das ist auch der Grund, warum Kay an Nistuas Handy gegangen ist. We're not friends or anything. I'm... I'm just helping them a little bit, because they begged. Sure. Everyone's so silly. Seeing it makes me one happy compa. Hm. I don't feel any sense of urgency at all, Neo. The Sherecite will be ready, come tomorrow morning. Prepare to return to Game Industry Graveyard. Ooh. Tomorrow morning, we'll go to the Game Industry Graveyard. Yes. We have done all that we can. Failure is not an option. Oh, no. But of course, I have faith that our CPU recovery mission will be a success. Oh, yeah. Try not to pile on the pressure too hard, Istuar. Don't want this girl to buckle under the weight. No, I can handle it. I've made it my duty to rescue my sister, after all. With me helping them, what else could it be other than a success? Let's be totally awesome out there, okay, Rom? Okay. How wonderful to see the CPU candidates grow and mature like this. Have a good night's rest. If you will excuse me, I still have a few matters requiring my attention. Mhm. Okay. Nebke learn superior angels! Superior angels! Oh, das ist ein Vierfachfinisher! Ich glaube, ich muss damit... Tomorrow. The time has come. Ich glaube, um den auszuführen, muss ich alle vier im Kampf haben. Also keine Cupplings oder so. Sie müssen alle vier auf dem Feld sein. Ah, wir werden sehen. Are you nervous? Wait, what? You're overseeing this mission, so any negativity or uncertainty you have may affect its outcome. Wait, what? Wo kommt ihr alle her? You all. That's cute. It's been a while, Istvar. I'm glad we get to meet again. Indeed. It has been a long time. Thank you all for agreeing to assist us in our time of need. Kann ich, ähm... Ich weiß grad nicht, was ich drücken muss, um... Das Bild so einfach... Egal. Without your aid, we would surely have no chance at recovering our captive CPUs. When did you get so formal? No need to talk like that with us. We're old friends, aren't we? Oh, you may be right about that. It is not my place to say, but... Being with you feels so... Nostalgic. Sure. Most of us mascots were destroyed by ASIC. But the four of us found our way to each other. Everything is going to be fine. I'm sure about that. The state that game industry is in? It is all my fault. All because I neglected to concoct a solid plan three years ago. The blame shouldn't land on any one person except, if anyone, ASIC and the deity of sin. And those who have succumbed to the evil promises spread by both. The CPUs can only blame themselves for growing complacent and weak. Even so, I sent them there. And now I am doing the exact same thing with their younger sisters. It feels as though I am simply allowing history to repeat. At first, I refused to help the CPU candidates. But after bearing witness to their actions, to their wills, I chose to give them my power. You should do the same, Istuar. Place your faith in them. My faith. Don't get distracted by mistakes from the past. We are here now. That alone makes the present unique. Yeah. Keep the faith, Istuar. You raise such valid points. I will not let my own doubts get in the way. Thank you. There's that smile we've all been waiting for. How about we catch up on less work-related things next? The night's still young. We can talk like friends as we did so long ago. I would like that. Cool. Is everyone ready? Wow, das war ein... Das nenne ich mal einen Hardcut. Yes, I'm so ready that I couldn't be more ready, even if I stop trying to be ready. So let's go! Ganz ruhig bleiben. Hold your horses. Nip here. Chill out. You're embarrassing yourself. Yep. Everything will go smoothly. I believe that you will all make this a complete success. Here is the Sherasite we prepared from the collected shares between all of you. Sherasite. It's bigger than my face. Pretty. If we have this many shares... Yep. We can save NipNip and the other CPUs definitely. I will act as the catalyst for the teleportation device and send you to the Game Industry Graveyard. Nothing but my voice can penetrate the borders of that land, giving me no means to physically support you. Also nicht so wie in Rebirth 1, wo du in unserem Team warst, ja? Oh Mann, ich bin mir nicht interessiert, dass ich meine matureren CPU-Wipeys mitbekommen bin. Äh, falsche Motivation können wir dennoch irgendwie gebrauchen. We've prepared as much as we possibly could for this. Listen girls, you are to save my darling Fird before anyone else. This is a direct order. Ganz ruhig, wir holen sie alle raus, okay? Uni, come back safe with Noir. I pray for your success. Thanks everyone! Well, here we go! Kann ich noch vorher in den Shop? Gut, gut, gut. Ich kann noch vorher in den Shop. Wunderbar. Fantastisch. Perfekt. So, wir wollen jetzt erstmal... Uh, wir wollen jetzt erstmal alles einsammeln hier. Let me give you this plan. Thank you. Whatever it is. Ähm, Jumping Star. Warte mal. Warte mal. Increased Jump Heights. Unexploded Shell and Holy Whale Ball. Ich glaube, ich muss mal bei Gelegenheit wieder ein paar Bosse klatschen gehen. My friend changed the contact time. Cute contact time. I found the perfect outfit. Cute combo, huh? Du schon wieder. Du schon wieder. Brauch' ich nicht, aber cool. It seeks blood again. Silence. Silence! Ooh, that was close. Hmm, cool. Danke. Spend your MB wisely. Yes. Add memory. Nice. I'm okay buying games every week. I'll buy anything that comes out. Würde ich auch gern tun. Ein Plan wahrscheinlich, oder? What? Erkennt Piratschu und... Oh, okay. Check this blank disc. It's useful. Nice. Let me give you this plan. Nice. Super X Drive! What? What? Super X Drive? Ah! Alloy Plate. Who the fucking hell drops this shit? Okay, dann können wir uns jetzt, ähm... Wir fangen mit Planetion an, mit den Events. Oh, Nap Gear selbst. Äh, wir können ASIC, äh, besiegen, wenn jeder mithilft. AF und die anderen werden helfen. Zusammen, äh, zusammen mit Juni, Rom und Ram. Äh, es gibt keine Möglichkeit, dass wir mit all den Freunden verlieren können. Right. Ich werde, äh, ich werde meinen besten Waifu... Ich werde meiner besten Waifu einem, äh, Geschenk geben. Hmm. That's actually useful. Thanks. JRPG-Nia. This game based on Japanese Subcultures. So this is a true JRPG. Well, that's one interpretation, right? I found something good. He has a plan to change the items in the dungeon. Thanks. Thank you. Where's Nap Gear? I won't let anyone near Nap Gear. Veteran Creator. Got a delivery. Okay. Was soll ich, Broccoli? Lass mich dir, lass mich dir, lass mich dir das hier geben, yo. Exorbitant Lamp. Keine Ahnung, was das ist. But anyway. Äh, wir nehmen erstmal die kleinen Events überall an. Oh. Hallo, Nap Gear. Lange Zeit nicht gesehen. Hä? Ähm. Tut mir leid. Äh, warst du nochmal? Ach, richtig. Ich war, ich war noch nicht in diesem Spiel. Mein Name ist Tekken. Wissler hat mich gebeten, vorbeizukommen und euch eine helfende Hand zu geben. Oh ma, oh goodness. Das hört sich wundervoll an. Vielen Dank für das Kommen. Äh, aber ich sehe, dass du keinerlei Waffen bei dir trägst. Und du trägst noch nicht einmal Schuhe. Ah, was das angeht, ich bin ein, ich bin ein Fighter. Also, ich benutze Fäuste und Füße. Ich glaube, das sind meine einzigen Waffen. Ein Fighter? Das ist, das ist neat. Ich habe noch nie zuvor, ähm, einen Fighter wie dich kennengelernt. Lass uns Spaß dabei haben, zusammen herumzureisen, Miss Tekken. Tekken alleine reicht. Ich kann kaum erwarten, euch zu, äh, dir zu zeigen, was ich so drauf habe. Tekken! Oh mein Gott, Tekken ist da! Oh Gott, Tekken! Oh, Tekken! Oh mein Gott, Tekken! Hier, nimm das! Oh, nice. Oh, nice. Oh, okay. Tekken-Set, nice. Okay, wir sammeln, wie gesagt, erstmal überall. Was ist Tekken-Plan? Okay. Gibt es hier noch irgendetwas, was wir bauen können? Oh yeah, yes, 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 yes. Oh yes. Okay, dafür müssen wir Juni und Napgir hochbringen. Red Paddle brauchen wir dafür. Ich glaube, also wir sind noch nicht am Ende des Spiels. Wir haben, glaube ich, gerade mal so knapp die Hälfte hinter uns gebracht. Aber was ich jetzt, glaube ich, machen werde, ist... Ähm, ich werde ein wenig farmen gehen. Ich glaube, das ist meine nächste beste Alternative. Ich werde farmen gehen. Ich werde Bosse klatschen gehen. Ich werde farmen und Bosse klatschen gehen, genau. Und, äh, Items sammeln und herstellen. Und dann werden wir weitermachen. Aber ich glaube, das halte ich gerade für eine recht gute Idee. It's a plan. Use it wisely. Game-Industrie, okay, fortify enemies. Snake-Hater. Sneaking. That is my mission. My role is to be stealth. See. So. Achso, ja, klar. Gilde. Ich will mitnehmen für den Graveyard. Gibt es da überhaupt? Ja, gibt es. Gut. So, genau. Dann jetzt noch schnell... Louis. Haben wir nur Rob. Bam nicht. Ram nicht. Okay. Haben wir hier Mario. That is a young brother. Better than older brother. Ich hoffe ja immer noch auf gute Pläne. Also, das hätte ich auch alle locker off-off-camera machen können, aber... Wo liegt da der Spaß? Use it. Was haben wir da? Oh, sie hat mit sich selbst gesprochen. Okay. You want to level up by taking me down? Not if I can help it. I may be a monster, but I am not a good target. I don't give out any credits or experience points. Okay, dann lassen wir dich in Ruhe, glaube ich. I'm really strong. I'm a pro at handling monsters. Even bad monsters can be tamed with a flick of my wisp. My wrist. Wrist. Okay. Okay, wie gesagt, die machen wir später bei Gelegenheit, bevor wir in den Graveyard reingehen. Huch! Aber. Shop. Okay, die Sachen waren ja neu. Any new weapons? Apropos wie Weapons, wir müssen noch Juni. Can equip. Nein. Steht hier irgendwo neu dran? Oh! Echt jetzt? Echt jetzt? Ähm. Werde ich mir bei Gelegenheit alles ansehen. Okay, das nehmen wir. So, Equipment. Einmal du kriegst das Feather Sword. Dann haben wir hier Tekken. Oh nice, dass Tekken wieder da ist. I love it. Ähm, genau. Rifle und du kriegst jetzt die Assault Rifle. Looks gut. Dann, äh, Party. Du gehst zusammen in ein Team jetzt mit Nebgear. That looks good. Dann kriegst du noch die Stun Grenade und, äh, Juni kriegt die Bombe von dir. Weil du Bombe bist. Beam Buster. Ja klar, physisch. Uni is all the physics. Wild shot. Perfekt. So haben wir hier eine Break-Kombo mit dir, Radiant Bullet. Dann Tri-Color Order. Das ist eine Power-Kombo. Haben wir keine Rush-Kombo, die kein, äh, ähm, offenbar nicht. Okay, dann bleiben wir bei Tri-Color Order und dann noch den Last Break. So. Wundervoll. Das Team sieht cool aus. Sieht gut aus. Und wie gesagt, ich werde mich jetzt langsam daran begeben, ein wenig zu farmen. Ich sage mal, ich sage jetzt nichts voraus, aber ich vermute mal, ich habe in letzter Zeit ein bisschen was zu tun. Ne, wenn ich hier mich wirklich ans Farmen begebe, dürfte das einige Zeit dauern. Ich vermute mal, es wird nächste Woche keine Rebirth-2-Folgen geben. Ob ich dafür es schaffe, Molmon hochzuladen, weiß ich nicht. Vielleicht werden die Tage einfach ausgelassen, aber nur schon mal so zur Warnung. Nur schon mal zur Warnung, falls nichts kommt. Bis 12 Uhr, denke ich mal, wird dann auch nichts mehr nachkommen. Und, äh, ja. Nachdem wir das hier alles gefarmt haben, also ich zumindest, werden wir uns erstmal anhören, was unsere Freunde zu sagen haben. Und dann werden wir unsere Schwestern retten gehen. Wie viele Orte gibt es dort? Nur zwei, okay. Und, äh, ja. Dann bis zum nächsten Part. Bis denn. Baba.